Ja, noch lebt Deutschland. Die Partei WIR 2020 hat sich wieder bei den nextscientistsforfuture.de gemeldet. Sehr gute Nachrichten. Bald werden die ersten Talks stattfinden. Erstmal über das Thema Gesundheitsreform. Was empfiehlen da die nextscientistsforfuture der Partei WIR 2020? Welches Reformkonzept? Aber es bleibt dabei, auch wenn jetzt sozusagen das von uns als toderklärte Deutschland oder zu einem unaufhaltsamen Aussterbeprozess, also sich in einem unaufhaltsamen Aussterbeprozess befindende Deutschland, auch wenn diese, ja, die letzte Chance für Deutschland überhaupt ist WIR 2020, denn entweder wir schaffen das jetzt und diese Partei wird nach und nach eine 56%-Partei, weil die Reformen der nextscientistsforfuture in einer simulierten Bundestagswahl ja gezeigt haben, dass ein Maximum von 56% erreichbar ist mit diesen Reformen. Aber wir müssen uns klar sein, diese 44% sind von der Kompliziertheit dieser Reformen restlos überfordert. Also 44% haben nur Bahnhof verstanden und 56% waren begeistert. Ja, und wenn jetzt die neue Partei, nehmen wir mal an, die würde jetzt dann bei der Bundestagswahl 15% kriegen mit den Reformen der nextscientistsforfuture, dann könnte sie schon das Zünglein an der Waage darstellen und die gesamte deutsche Politik maßgeblich beeinflussen. Vor allem werden die anderen Parteien natürlich auch dann Händeringen versuchen und sagen, ja, hier, wir wollen mit euch koalieren, denn es ist natürlich eine Sache der Fairness. Die nextscientistsforfuture können ja schlechthin gehen, wenn jetzt sozusagen diese Partei groß geworden ist, die WIR 2020 groß geworden ist und man zusammenarbeitet, dann können wir natürlich nicht hingehen und den anderen Parteien helfen, sondern dann muss es heißen, ja, koaliert mit der WIR 2020 und dann wird dieser Koalitionspartner die 20 Reformen der nextscientistsforfuture in das Regierungsprogramm einbringen. So, ja, ich habe gerade kein Wasser da. Also bitte wieder schneller drehen unten. Ja, also das heißt, aber alles Wichtige ist eben jetzt, wir bleiben trotzdem erstmal dabei, dass alles Wichtige in der englischen Sendung stattfindet. Also in der Nummer 601, also das hier wird die Nummer 602, aber immer in der englischen Ausgabe, da findet alles Wichtige statt. Und jeder, der klug ist, kann auch ein bisschen Englisch, dann kann er das auch verstehen, ja. Ja, so, ja, und damit ist vielleicht das Rennen, es läuft ja quasi das Rennen. Wer wird der Staat sein, der kostenlos die 20 Reformen von den nextscientistsforfuture bekommt? Und wer muss vielleicht dann tief in die Tasche greifen, um dann die 20 Reformen zu bekommen? Und jetzt sieht es doch wieder danach aus, als könnte Deutschland der Gewinner in dem Rennen sein und völlig kostenlos sozusagen diese 20 Reformen durchgeführt bekommen in den Ministerien von den über 20 Professorinnen und Doktorinnen und so weiter. Ja, aber es ist noch nichts endgültig entschieden. Vielleicht meldet sich ja auch noch Greta Thunberg, Fridays for Future hier. Ja, vielleicht melden die sich ja noch und sagen, jetzt, wir haben es endlich begriffen. Wir waren ein bisschen langsam, wir waren ein bisschen, wir waren irgendwie, haben wir es nicht kapiert. Und jetzt haben wir es endlich kapiert, dass unsere einzige Chance, dass jemals sich beim Klimaschutz weltweit was tut oder zumindest schnell was tut, unsere einzige Chance ist nun mal die Kooperation mit nextscientistsforfuture. Das haben wir jetzt endlich kapiert. Und dann wäre natürlich so eine Pressekonferenz, die dann, was weiß ich, nächstes Wochenende mit Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rehms, mal Jakob Blasel stattfinden würde. Und wo wir vielleicht, ja, Gemeinwohlökonomie, die 20 Reformen der Next Scientists for Future und die Bürgerräte und die Volksabstimmungsideen durchdiskutieren und der Welt anbieten. Hier liegt die Lösung, irgendwo in diesem Bereich liegt die Lösung für die Menschheit. Ich bin ganz sicher, sie liegt eher bei den Next Scientists for Future als bei einer Gemeinwohlökonomie. Aber lasst doch der Weltauswahl, lasst uns doch diskutieren über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konzepte. Und, ja, und lassen wir doch, reduzieren wir doch nicht alles auf die Next Scientists for Future. Dann sieht das so aus wie so ein Kult. Und, nö, lassen wir doch offen, nehmen wir doch die Gemeinwohlökonomie mit in die Diskussion, in die kontroverse weltweite Diskussion und die Bürgerräte und Volksabstimmungen und so weiter. Ja, denn das, durchaus, Bürgerräte sind ja nicht völlig verkehrt. Also, und auch die Volksabstimmungen sind ja keine völlig verkehrte Idee. Ich finde nur, dass die Wohlfühlstimme als dauerhafter Bürgerrat und dauerhafte Volksabstimmung einfach viel effizienter sind. Die Effizienz ist einfach höher. Der Nutzen für uns Bürger ist größer. Aber das heißt nicht, dass die Modelle der anderen jetzt nun grundschlecht seien. Aber die sind halt wesentlich weniger effizient. Ja, und vor allem beinhalten sie eben das Problem, ja, dass das, oder wir haben ja das große Problem, dass hier Dr. Markus Krall viele Fans hat für seine bürgerliche Revolution. Und die halten wir eben für einen extrem großen Irrtum und extrem gefährlichen Irrtum. Weil das bedeuten würde, all die weltweiten Probleme, die wir haben, noch zu verstärken. Ja, denn Dr. Markus Krall erkennt halt leider nicht richtig, dass diese, gerade in dem, Sie müssen sich die englische Sendung, die 601 anschauen, weil dort wird genau erklärt, wieso freier Markt und freie Arbeitsteilung notwendig. Die Polizei, das ist ja Thema gerade in Deutschland, dass die kriminelle Polizei, das bestätigt sich auch mit all meiner Erfahrung, ja, dass, dass wir, wir haben in der Polizei ganz viele Kriminelle, also viele rechtskriminelle Verfassungsfeinde, aber auch sehr viele Kriminelle an sich, ja, weil nämlich das System der freien Arbeitsteilung und des freien Marktes grundsätzlich für Kriminelle in Polizei, in Uniformen mehr Karriereaussichten ermöglicht als für die guten Polizisten, ja. Und das war in der Evolution seit der Erfindung von freiem Markt immer so. Und deswegen haben wir eben in jeder Polizei ganz viele kriminelle Polizisten. Aber das können Sie alles nachschauen in der Sendung 601. Wir wollen ja die deutschen Sendungen nur noch kurz halten, sozusagen, also, ja, kann man das gut sehen, das Tagesbild. Ja, aber das war es dann schon mit der deutschen Sendung, denn das reicht doch, das muss reichen für heute. Alles Wichtige in der englischen Show, ja, denn, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob aus Deutschland wirklich, ob die Partei Bodo Schiffmann, wir 2020, ob das wirklich alles so klappt, wie sich das die Teile der Partei wünschen, ja. Und solange das nicht geklärt ist, bleiben wir dabei, dass wir uns an die Welt wenden und Deutschland immer noch für ein sterbendes Land halten, jetzt, wo auch dann sich Deutschland immer mehr isoliert, wieder durch seinen Alleingang, dass es alleine Europa der Gefahr aussetzt, ja. Ja, denn, noch einmal gesagt, würde feststehen, dass die Leute, die jetzt nach Deutschland kommen sollen, aus dem Ausland, dass die alle hochleistungsfähig sind, hohe Intelligenzquotienten haben und so weiter, dann wäre das ja ein Gewinn für Europa und für Deutschland. Wenn es aber sein könnte, dass diese Leute vielleicht weit unterdurchschnittlich intelligent sind, ja, vielleicht sogar kriminelle Familientraditionen haben und was auch immer, dann ist das eben ein riesiger Verlust für Europa und für Deutschland, aber eben auch für Europa, weil es gibt ja keine Grenzen in Europa, sodass dann also diese Belastung sich ja auf Gesamteuropa auswirkt. Also von daher, noch einmal kurz gesagt, selbstverständlich muss Deutschland den Vorreiter machen und muss mehr für Asylmöglichkeiten tun als jeder andere Staat der Erde. Das, da hat Deutschland eine moralische Verpflichtung dafür. Aber es reicht doch völlig aus, wenn es tolle deutsche Asylanlagen neben jedem Krisengebiet gibt, neben Syrien gibt und da können ja all die Flüchtlinge hingebracht werden und können dort, aber es muss immer klar sein, von einem Flüchtlingslager gibt es niemals einen Weg nach Deutschland, weil das immer total getrennt werden muss. Wer einmal in einem Flüchtlingslager ist, kann niemals mehr sich bewerben dafür, sozusagen, wenn sein Asylanlagentrag bewilligt ist, dann kann er in diesem Asylanlagenleben weiterhin und bleiben, aber niemals kann er einen Antrag stellen, dass er wegen seiner besonderen beruflichen Kompetenz in Deutschland aufgenommen werden will. Also entweder, er muss sich entscheiden, entweder Antrag auf Einwanderung in Deutschland wegen besonderer beruflicher Qualifikationen und dann mag es dann bei den Asylanlagen, also eine Unterabteilung geben, derer, die nur da sind, bis entschieden ist, ob sie als Einwanderer akzeptiert werden. Aber wer sozusagen Asyl beantragt, der ist sozusagen von vornherein von dieser Möglichkeit ausgeschlossen, der kann in den Asylanlagen bleiben, kann aber nie einen Antrag stellen, in Deutschland zu leben. Also entweder oder, ja. Und wenn dann tatsächlich jemand als Einwanderer abgelehnt wurde, dann darf er natürlich immer noch den Asylanrag stellen in der Asylanlage. Ja, das ist klar. Aber der Weg sozusagen, ja, wobei das jetzt nicht viel bringt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, weil das würde ja jetzt bedeuten, dass dann wahrscheinlich jeder einen Einwanderungsantrag an Deutschland stellen würde. Ja, aber okay, dazu müsste er eben ja auch die Papiere für entsprechende hohe Qualifikationen vorlegen und er müsste, vielleicht gibt es dann eine Form des Massenintelligenztests, das müsste ja da schon mal extrem hohe Werte haben. Und dadurch würde das dann sich sehr schnell klären. Und wer solche Papiere nicht hat, also wer zum Beispiel keine exzellenten Schulabschlüsse vorzuweisen hat und so weiter und keine Prüfungszeugnisse aus der Wirtschaft und so weiter, der wird erst gar nicht zugelassen dann für das Einwanderungsverfahren, sondern der muss dann halt in die Asylanlage und damit hat sich die Sache dann auch endgültig erledigt. Ja, der wird also nie nach Deutschland kommen können. Der wird geschützt, weil eben Deutschland eine besondere moralische Verpflichtung hat. Also die deutschen Asylanlagen müssen also immer einen Tick besser sein als alle anderen Asylanlagen aller anderen Länder der Welt. Ja, also das, was Deutschland an Hilfe macht, muss immer einen Tick besser sein wegen der besonderen moralischen Schuld Deutschlands durch den Hitlerismus. Aber es muss nicht viel besser sein als jedes Angebot anderer Länder. Denn wenn wir uns anschauen, haben natürlich auch andere Länder viel Unheil angerichtet und so weiter. Aber Deutschland muss da immer vorne liegen, das ist klar. Aber Deutschland muss deswegen nicht, sagen wir so, Millionen an nicht arbeitsfähigen, dauerarbeitslosen Hartz-IV-Empfängern aufnehmen, weil dann ist Deutschland wirklich ganz schnell kaputt. Dann geht es viel schneller, als wir prognostiziert haben. Ja, auch Thilo Sarrazin hat ja gesagt, dass die Geschwindigkeit, mit der die Veränderungen in Deutschland geschehen, ist für ihn, es ist viel, viel schneller, als er es überhaupt befürchtet hat. Ja, also das Ganze beschleunigt sich eher. Ja, so haben wir also jetzt wirklich mal genug für die deutsche Sendung heute. Wie gesagt, alles Wichtige in der englischen Sendung 601. Ja, tschüssi, bis bald.